Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal wieder mit einem neuen Magic the Gathering Set und zwar Mod in Karloff Manor. Hier auch ganz cool geschrieben, so ein bisschen 60 Jahre Vibe. Und ich habe freundlicherweise drei Sammler Booster von Wizards of the Coast bekommen, die ich mit euch zusammen hier mal auspacken möchte. Das sind ja die Luxus Booster sozusagen, neben den Playboostern, die jetzt neu in dem Set als normale Booster dabei sind. Und dann packen wir mal diese Sammler Booster aus. Es sind 15 Karten enthalten und Sammler Booster haben natürlich den Vorteil, dass sie deutlich höherwertige Karten, deutlich mehr seltene und sehr seltene Karten, also Rare und Mystic Karten drin haben. Dafür sind die Booster selber oft ein bisschen schwerer zu öffnen, aber vorsichtig geht das schon. Und dann schauen wir mal rein. Es sind auch sehr sehr viele Vollkarten natürlich hier drin, wie zum Beispiel der Hinweis. Ein Spielstein Artefakt, Hinweiskarte in voll. Dann haben wir Donner the Hufschläge, eine Mystic Hexerei. Allerdings irgendwie, zumindest nicht aus diesem Set oder zumindest mit einem anderen, mit einer anderen Set-Symbol. Ja, das Schwert ist ja das Set-Symbol für Karte von Männer hier oder der Dolch. Aussetzen vier. Statt diese Karte aus deiner Hand zu wirken, bezahle ein Mana, schicke sie ins Exil und lege vier Zeitmarken auf sie. Entferne zu Beginn deines Versorgungssegments eine Zeitmarke von ihr. Wenn die letzte Zeitmarke entfernt wird, kannst du sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ähm, erzeuge zwei, vier, vier grüne Nashorn und Kreaturen-Spielsteine, die Trampel schaden verursachen. Dann haben wir als normale Karte Audienz bei Trostani, eine Rare. Dann haben wir Gefangenen-Dilemma, auch eine Rare mit einem auch irgendwie anderen Set-Symbol da unten oder es könnte auch das Kommandosymbol sein von diesem Set. Bin ich mir jetzt gar nicht gerade sicher oder es ist was irgendwie vor allem was Spezielles. Ähm, Gefangenen-Dilemma. Für fünf Mana in Rot. Jeder Gegner bestimmt geheim schweigen oder verpfeifen. Dann werden die Entscheidungen offenbart. Falls eigentlich alle Gegner schweigen bestimmt haben, führt das Gefangenen-Dilemma jedem von ihnen vier Schadenspunkte zu. Falls alle Gegner verpfeifen bestimmt haben, fügt das Gefangenen-Dilemma jedem von ihnen acht Schadenspunkte zu. Andernfalls fügt das Gefangenen-Dilemma jedem Gegner, der schweigen bestimmt hat, zwölf Schadenspunkte zu. Wow! Das ist ja krass. Und hat sogar Rückblende mit sieben Mana. Dann haben wir eine randlose Karte hier, auch in Rare. Oder in selten schlecht abgepasste Explosionen. Eine Hexerei. Ziehe zwei Karten. Du kannst, äh, davon kannst du dann zwei Karten abwerfen. Also da, dann kann man zwei Karten abwerfen. Ähm, wenn du dies tust, fügt die Schlacht abgepasste, die schlecht abgepasste Explosionen jeder Kreatur x Schadenspunkte zu, wo bei x gleich dem höchsten Mana-Betrag unter den Karten ist, die auf diese Weise abgeworfen werden. Okay, man kann Karten ziehen und dann noch am besten eine abwerfen, die viel Mana kostet, damit man jeder Kreatur x Schadenspunkte, also so ein Bordweib, natürlich auch, ähm, der eigenen. Dann haben wir Ansragraserei, fand ich auch schon gut. Eine Rare. Ähm, Zerstöre alle Fakte, die nicht, die du nicht kontrollierst. Und dann werden x Karten in die, in der, in der, der eigene politische Exil geschickt. Und man kann, ähm, auf diese Weise eine Exil geschickte Kreaturenkarte, eine ins Spiel bringen. Und sie hat Eile. Geht dann aber in, äh, auf meine Hand zurück. Aber die habe ich da nicht ganz verloren. Dann haben wir die Nachbarschaftsbache ein Einhorn in Voll. Nice. Kreatur Einhorn für zwei Mana. Weiß. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke zwei oder weniger unter Teil einer Kreatur ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur zu einer weite Kreatur, die du kontrollierst, plus eins, plus eins, plus eines Zuges. Auch sehr schön, auch in diesem, wieder, in diesem, äh, Rahmen, der so nach einer, ähm, Ermittlungsakte irgendwie auch sieht, auch mit der Schriftart. Sehr schön. Dann haben wir im Dienst ein Spontanzauber für vier in weiß. Kreaturen, die du kontrollierst, erhält, plus eins, plus, äh, plus zwei, plus eins, bis zum Ende des Zuges. Und ich stelle Nachforschung an. Dann haben wir ein Voll-Standard-Land hier in Full Art. Dann haben wir eine nicht so häufige Karte Heckenflüsterer in Grün. Die Detektivtasche auch in Voll. Der Fall des stibitzten Beweises. Immer wenn ein Detektiv unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Und immer wenn du ein Detektiv, den du kontrollierst, aufgedeckt wird, lege plus eins, plus, eine plus eins, plus eins Marke auf ihn. Und man löst diesen Fall. Du kontrollierst drei oder mehr Detektive. Und wenn dann gelöst ist, falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt würden, werden stattdessen jene Spielsteine plus ein Hinweisspielstein erzeugt. Das ist eine dauerhafte Fähigkeit, aber auch hier schön in Voll. Dann haben wir in häufig, aber voll, den Feenschnüffler, Kreaturen, Feenwesen, Detektiv. Liegend hat auch die Fähigkeit für Kleidung. Die zentrale Beschlagnahme, cerebrale Beschlagnahme, Hexerei hat man zwei Möglichkeiten in Schwarz. Dann unerlaubter Abtritt. Spontanzauber, bringe ein Nichtland permanenter Neval auf die Hand ihres Besitzers zurück. Wir machen eins, also typisch blaue Fähigkeit. Und wir haben noch in Voll den Greifonauten, die Greifonauten Spurensucherin, Kreatur, Mensch, Detektiv. Also hier viele Detektive dabei natürlich. Wenn die Greifonauten Spurensucherin ins Spiel kommt, schickt bis zu zwei Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Ja, also sehr schön, wie man hier sieht. Natürlich auch für den Preis, klar. Recht viele Rares dabei. Auch eine Mystic hier dabei gewesen. Schauen wir mal in den zweiten Sammlerbooster. Wieder einen Hinweisstein, Spielstein Artefakt-Hinweis in Voll. Dann haben wir hier auch in Voll gesuchter Falke in Blau. Artefakt-Kreatur. Eine Mystic. Oder ist es eine Rare? Bin mir gar nicht so sicher. Es sieht ein bisschen wie eine Mystic aus. Ich bin mir auch nicht sicher. Könnte auch eine Rare sein. Fliegend 1,4. Immer wenn der gesuchte Falke angreift. Ist klein geschrieben. Übernimmt die Kontrolle über ein Permanente deiner Wahl, das du besitzt, aber nicht kontrollierst. Okay. Verkleidung 1,0. Wenn der gesuchte Falke aufgedeckt wird, übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über eine beliebige Anzahl an Permanenten deiner Wahl, die du kontrollierst. Ah ja, okay. Ziehe Falke permanent. Ah, okay. Also er sorgt erstmal selber dafür, wenn ich den mit Verkleidung ausspiele, dann wird halt zwei Zweier-Kreatur ausgespielt, umgedreht und für zwei Mana, ne, für, äh, genau. Wenn er aufgedeckt wird durch eine Fähigkeit, dann übernimmt ein Gegner meiner Wahl die Kontrolle überwiegend viel Anzahl an Permanenten deiner Wahl, die du kontrollierst. Also ich kann ihm sagen, ja, das, das und das übernimmst du. Und dann ziehe ich entsprechend viele, äh, Karten, ähm, wie ich eben Permanente dem anderen Gegner gegeben habe. Und dann immer, wenn dieser angreift, übernehme ich wieder eines von den Permanenten zurück, ne, die ich da nicht mehr kontrolliere. Ah, okay. Also interessanter, bisschen komplexere Fähigkeit. Dann haben wir hier das Second Labyrinth. Ein schönes grün-blaues Land. Kommt der Kapitän ins Spiel. Und wenn er ins Spiel kommt, werden wir überwachen, eins an. Der, na, jenseitige Begleiter. Kreatur, Mensch, Detektiv. Aufblitzen. Eine Vier-Dreier-Kreatur in Weiß. Nochmal der gesuchte Falke. Diesmal aber nicht in voll. Interessant ist, dass zweimal dabei ist. Noch eine Rare. Die Voyeck-Ermittlerin. Kreatur, enge Detektiv. Fliegende Wachsamkeit. Zu Beginn des Versorgungselements stellst wegen Gegner, der mehr Karten auf der Hand hast, als du Nachforschung an. Dann haben wir hier eine Fäule mit diesem schönen Rand. Allerdings eine häufige Katz. Spontanzauberstöteure. Eine Kreatur der Neuval. Seelenschwächung. Ein Full Art Voll Sumpf. Den Tatort. Artefakt Land Hinweis. Kommt getappt ins Spiel. Ich kann entweder ein Farblos Mana erzeugen. Durchs Tappen. Oder ich tappe eine ungetappte Kreatur, die ich kontrolliere. Erzeugt einmal mal eine Mana einer beliebigen Farbe. Oder ich kann ihn auch für zwei Mana opfern. Und sie eine Katze. Der Beurag-Klan-Prügeler. Die gaffende Schaulustige. Muss ja natürlich auch dabei sein. Fliegend. Schwarz. Fliedermaus, Kreaturen, Spielsteine. Qual der Wahl finde ich auch ganz gut. Hat man auch schon mal den normalen Playbooster drin. Artefakt. Verzauberung oder fliegende Kreatur opfern. Oder jeder Gegner opfert. Ah, kann ich eins bestimmen und jeder Gegner opfert. Artefakt. Verzauberung oder fliegende Kreatur. Markt-Wachen-Phantom. Geist-Detektiv. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält das Markt-Wachen-Phantom-Flugfähigkeit. Bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir Verbrechensbekämpfende. Verbrechensbekämpfende Silphide. Kreatur, Feenwesen, Detektiv. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch hinzuwirken, kannst du Beweissicherung in 6 durchführen. Fliegend, wenn die Verbrechensbekämpfende Silphide ins Spiel kommt. Habe eine Kreatur, deine Wahl. Und falls Beweisswemensdruck geführt wurde, eine Betäubungsmarke aufsehen. Verbrechensbekämpfung auch in voll. Auch eine schöne Karte Hexerei in grün. Ja, auch wieder schöne Karten drin. Also Sammlerbooster aufzumachen ist natürlich doch nochmal eine ganz andere Sache als einen Playbooster aufzumachen. Nicht nur, dass man hier sehr, sehr viele Vollkarten hat, was für Sammler einfach eine schöne Sache ist. Sondern man hat eben auch deutlich mehr Rares und auch mal eine Mythik drin. Mal schauen, was im dritten und letzten Sammlerbooster von Mord in Karloff Manor drin ist. Ja, die gehen nicht so einfach auf, die Sammlerbooster. Ja, ich freue mich, dass ich etwas. Sollten vielleicht auch nicht so einfach geknappt werden im Laden oder so, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, die werden einfach woanders produziert. Deswegen sind die irgendwie ein bisschen anders. Wir kriegen es schon noch hin, aber ihr könnt ja schon mal einen Kommentar schreiben und überlegen, okay, was seid ihr denn für einen neuen Set? Karloff Manor. Dann haben wir den Zopter, einfach in Spielstein-Kreatur auch in voll. Dann haben wir hier als Rare eine interessante Legendäre-Kreatur Aurelia, Gesetz des Himmels, eine Legendäre-Kreatur Engel, Rot-Weiß, hat Fliegen, Wachsamkeit und Eile, ist 4-4. Und immer wenn man einen Spieler mit drei oder mehr Kreaturen angreift, ziehe ich eine Karte. Also gerade im späteren Spiel, wenn die anderen mit mehr Kreaturen angreifen oder eine Go-White-Strategie haben, also viele kleine Kreaturen, ziehe ich Karte. Und wenn ein Spieler mit fünf oder mehr Kreaturen angreift, fügt Aurelia jedem deiner Gegner drei Schadenspunkte zu und du überhältst drei Lebenspunkte. Okay. Also auch wenn ich selber angreife. Das ist schon durchaus ein Commander, den könnte man mal spielen. Auch sehr schön gestaltet. Ja, die scharfäugige Anfängerin, auch wieder in diesem speziellen Rahmen. Rare, Kreatur, Mensch, Detektiv, Wachsamkeit. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Und falls ihre Stärke größer ist als die Stärke der scharfäugigen Anfängerin oder ihre Widerstandskraft größer ist als die Widerstandskraft der scharfäugigen Anfängerin, dann lege ein Plus-Eins-Marker auf diese Karte und stelle Nachforschung. Dann haben wir ein Artefakt, ein Fahrzeug, nämlich das unheilthrohende Dampfschiff. Das sieht ja geil aus. Das ist allerdings nicht in voll, sondern eine ganz normale Karte, aber sehr schön, die 5-7 für fünf Mana. Wenn das unheilthrohende Dampfschiff ins Spiel kommt, bestimmt jeder Spieler zwei Kreaturen, die weder Spielsteine noch Fahrzeuge sind und die er kontrolliert. Schicke sie ins Exil, bis das unheilthrohende Dampfschiff das Spiel verlässt. Immer wenn das unheilthrohende Dampfschiff angreift, lege eine von ihm ins Exil geschickte Karte auf den Friedhof ihres Besitzers. Was siehst du, ist stelle Nachforschung ein. Aha, geil. Geil. Dann haben wir hier tödliche Vertuschung, Hexerei. In rare, in schwarz. Zerstöre alle Kreaturen. Falls Beweis hierum durchgeführt wird, schicke eine Karte aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Durchsuche dann dem Friedhof die Hand und die Bibliothek ihres Besitzers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen und schicke sie ins Exil. Das heißt, kann man richtig fies ihm die besten Kartenart wegnehmen aus dem Deck. Ist natürlich für Commander jetzt nicht so interessant, aber für normale Duellspiele schon. Dann haben wir noch eine legendäre Kreatur in rare, nämlich Esrim, Leiter der Agentur. Weiß-Blau, legendäre Kreatur. Archon, Detective. Fliegend, wenn Esrim, Leiter der Agentur, ins Spiel kommt, stelle zweimal Nachforschung an. Und für ein Mana Opfer ein Artefakt. Esrim erhält es am Ende zu entweder Wachsamkeit, Lebensverknüpfung oder Fluchsicherheit. Ah, da kann man sehr schöne Sachen mitmachen. Nein, es gefällt mir. Sieht auch gut aus. Dann, die hatten wir auch schon mal. Krenetischer Sündenbock, Kreatur Ziege. Auch eine witzige Kreatur. Und dann geht es schon in die normal, häufigen, also in die häufigen Karten. Dramatische Beschuldigung. Genau. Enttappt nicht während des Enttappte-Regiments des Beherrschers. Hm, interessant. Ein voll Gebirge. Ich weiß nicht, ob wir schon ein Gebirge hatten. Verhaupt, ne, ist auch nice aus. Dann haben wir wieder einen voll, so eine Doppelkarte, nämlich Halligalli. Auch nicht schlecht. Findet ihr diese Doppelkarten schon ganz witzig. Die Robotkeule hatten wir schon. Artefaktspeise Ausrüstung. Plus 2, plus 0. Man bekommt Lebenspunkte dazu, wenn man sie opfert. Und wenn man sie quasi, wenn sie aus dem Fieldhof gelegt wird, kann man zwei Mana bezahlen. Und dann bekommt man noch zwei Wundekreaturen-Spielsteine. Ausbrechen in Rot-Grün. Verdeckter Grokod-Elf. Auch sehr witzig. Hat ja auch wieder die Fähigkeit verkleiden, die ja auch neu in dem Set ist. Goblin-Maskenmacher. Immer wenn ein Goblin-Maskenmacher angreift, kostet verdeckte Zaubersprecher, die du im Dienstag verwirkst. Beim Wirken eins weniger. Also verdeckte Zaubersprüche. Da geht halt dieses... Okay, das geht dann mit dieser Verdeckungsmechanik oder wie ist das? Verkleidungsmechanik, nehme ich mal einher. Dann haben wir noch den Prospektor-Inspektor. Ne, Projektor-Inspektor. Mensch-Detektiv. Immer wenn der Projektor-Inspektor oder ein anderer Detektiv unter deinem Kontrolles Spiel kommt. Und immer wenn ein Detektiv-Detektiv-Detektiv aufgedeckt wird, kannst du eine Karte ziehen. Falls siehst du es auf eine Karte ab. Okay. Und als letztes noch die Wiederholungstäterin in schwarz. Ja, das waren doch mal wieder schöne Karten in dem Sammler-Booster. Wirklich viele. Natürlich sehr schöne, gerade durch die Vollsachen. Aber eben auch sehr schön. Dann eben entsprechend Rare-Karten. Oder auch eine oder zwei Music hatte ich hier auch drinnen. Ja, ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich sehr freuen, was ihr von Mord in Karl of Manor haltet. Ob ihr euch solche Sammler-Booster kauft, was ihr generell auch davon haltet. Oder ob ihr die neuen Playbooster euch kauft. Oder dann doch lieber ein fertiges Produkt wie Commander Deck. Das würde mich sehr interessieren. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Und schaut mal auf abenteuer-brettspieler.de vorbei. Meiner Website. Dort gibt es mehr Informationen rund um das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Das war es für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.